Hier gehts hoch, kommen bestimmt noch mehr Rippen. Boah, eine goldene Kiste, sehr gut. Mokri-Medaille, was waren nochmal Mokri-Medaillen? Die konnten wir glaube ich auch irgendwo einlösen. Na gut, dann sucht. Für mal diesen Piep-Matz. Sein Name ist Pico. Haltet Ausschau nach deinen Fußspuren. So, erstmal hier. Er erhöht den Schaden von Schwertwirbel um 3%. Einen Windel in den Tanschen machen, der keinen Empfehl braucht. Hm. So, wo sind wir denn hier tiefer? Schaden von Spezialfähigkeiten um 5%, das ist immer gut. Führt einen eis-elementarischen Magischer Angapfer ohne MP zu verbrauchen. Ja, hilft ja nichts, müssen wir einfach das hier machen. MP-Maximum 3. Was haben wir hier? Führt einen Blitz-Elemental. Da muss ich gleich mal gucken, wie das genau funktioniert und kommt. Okay, was bei Red machen sie den richtigen Tank? Aber aus Red auch anscheinend. So, dann suchen wir mal Pico. Pico, Pico. Oh. Fußspuren. Was sind das hier? Fußspuren? Fußspuren. Chocobofeeder. So, haben wir schon irgendwo Chocobo Furen gefunden? Oh, da muss ich außerhalb der Reine gehen. gucken Das hier scheint irgend so eine Strecke zu sein, die reiten ja bestimmt auch gleich. Ah, hier sind Federn, ah ja, guck mal hier, hier sieht man es. Gar nicht so easy zu erkennen hier. Klasse, jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Leise jetzt, ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte wir fronten uns mit ihm an. Stimmt. Kontrollpunkt. Ach so, warte mal. Das war falsch, ne? First try. Ja, ein bisschen stolz auf mich. Das stimmt. Er erinnert ihn. Das stimmt. Er erinnert ihn. Eris und Tifa sind aber auch ein krasses Duo, ne? Was ist? Was will er? Ich glaube, er hat immer noch Hunger. Tut mir leid. Wir haben nichts mehr. Aber daheim auf der Farm, da gibt's Futter. Oh! Er scheint tatsächlich zurückzuwollen. Enough! Machines. Futter. Bis zum nächsten Mal.